recht herzlich willkommen zur 196 folge von towns ja wir sind unterwegs hier im spiel haben letztes mal hier den weg angelegt haben dann noch ein paar leute zugeordnet ja und dann haben wir blumenblaue gemacht oder die jetzt aber komischerweise hier nicht mehr sind weil wir wahrscheinlich irgendwie das falsch gemacht haben ja oder die sind schon weggeholt worden um dass der weg weiter gebaut werden kann könnte auch sein ich weiß nicht ob da da guckt da ist schon was gekommen gerade wahrscheinlich haben die das sofort reingeholt um dann hier die ernte von beziehungsweise die herstellung des blauen weges zu machen nehmen wir da auch noch die blauen blumen weg da gibt es noch rote und sonst dahin sind noch ein paar blaue die alle weiß auch nicht wann die nachwachsen oder so keine ahnung intern sehe ich da noch welche so und sonst sehe ich jetzt gerade keine hier blaue radieschen vielleicht kann auch blaue farbe von machen da ist noch was blaues ich weiß aber nicht ob das immer alle weg haben ob dann nachher keine mehr wachsen hier kann auch noch sein ne warten wir es erst ab ne doch da ist auch eine stelle jetzt gekommen wo man was blaues macht gut okay das ist geklärt wie sieht es oben aus da hat man mal ein zimmer gemacht hier nämlich da fehlt noch ein stein oder ein holzband wenn man dann gucken gehen wir mal nach unten schauen hier rein da ist alles im grünen bereich das haben wir groß leer geräumt ja hier ist auch alles okay denke ich frage ob hier noch irgendwas zwischen ist aber ich glaube er nicht große freie stellen sind hier nicht machen wir die drei hier noch weg aber ich glaube da wird auch nichts freigesetzt hier könnte vielleicht noch was sein machen wir das da auch noch mal mach das da mal weg gut gehen wir eine etage tiefer schauen hier rein da wo wir hier neu gebaut haben die sind auch kräftig am hämmern wo die falschen wege haben auf deutsch gesagt die dann noch richtig gemacht werden müssen da kommen wir noch ein lämken hinsetzen da passt es dann geht da auch noch eine hin und da muss dann wohl auch eine hin wenn das dann passt das weiß ich nicht aber es sieht dann auch aus da müsste eine hin wenn es denn so ist warte mal eins zwei drei ja dann wird da licht gemacht das kann ich aber da passt ja da muss auf jeden fall eine hin ich glaube wir haben da eine hingestellt die dann aber wohl verkehrt ist oder da müssen wir dann mal schauen wenn es soweit ist ne kann sein dass das spiel in pause ist ne das huhn rennt da noch um es ist nicht gut das ist richtig ne ja da liegt ein stein der muss dann weg und dann können wir dann laterne hinstellen da 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 müsste man dann auch was abbauen da da der muss weg und dann kommt da wieder eine kerze hin da da so händler kommt dann können wir erst weitermachen bis der da rein kommt ja hier unten weiter am beleuchten ich weiß gar nicht wo die eben geklopft haben irgendwo radert hier ne na jetzt aber auch nicht entscheidend ne tja da wird wohl irgendwo der gang der richtige sein ne so 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ne warte mal 1 2 3 1 2 3 gut kerze 1 2 3 1 da muss die kerze hier hinter hin ok da müsste dann die nächste ne frosch im hals gucken mal guckt da ist schon die erste gekommen leuchtet dann schon ganz tatkräftig hier ist auch was hingekommen ja geht voran ne jetzt müssen wir mal gucken was der händler macht der würde mir jetzt bald da sein denke ich oder jetzt ist er gerade angekommen wohl schauen wir mal rein dass der uns bringt lauter rüstungen der will auch rüstungen haben können wir eigentlich alles loswerden ne human remains gibt es auch noch ok dann lasse alle holen 4000 was hat er denn sonst so anzubieten das ist noch die frage ne kerzen nehmen wir knorrentür sonst ja kommt zack so der ist noch auch noch möglich so jetzt hat er keine kerzen mehr ach komm mach mal alles gut dann holt mal die knochen daher oh so viele kerzen gut dann lasst mal laufen und dann müssen wir gucken wo wir die hinbringen das sind ja jetzt können wir ganz unten hier hinbringen da sind wir noch gar nicht ne da haben wir ja schon tiefer geschaufelt ne ne da ist nur das wasser hier ne jup das ist die frage wo wir hier runter gekommen sind da liegt noch ein Bogen wo ist hier die Treppe abwärts da gut dann würde ich sagen da soll ja runter geschaufelt werden fangen wir hier mit einer kerze an natürlich die neueren komm ist egal machen wir so oder ja das sieht doch so ganz gut aus oder dann kommen da schon mal ein paar kerzen hin ne oh die erste steht schon krass zweite auch es wird licht hier unten ja dann kann man schon hier tunnel graben wahrscheinlich weil das haben wir jetzt natürlich hier nicht bedacht einmal durch so ja ist passend ne gut die laufen alle wieder hoch holen die nächsten wahrscheinlich und wir sind hier so weit dass wir sagen können bringt nix das da hinzustellen oder da muss er hin ne lass mal gerade checken ja ja kann man eigentlich auch durch machen da ne ja ist passend ja eins zwei drei eins zwei drei kerze 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 da geht keine hin also geht schon eine hin aber nicht jetzt ja die werden auf jeden fall da alle hingebracht und aufgebaut und dann leuchtet sie auch schon sehr schön da auch wieder einer ja hier können wir da eins zwei drei ja müssen wir mal gucken wo die dann da hinkommt auf jeden fall passt das hier jetzt einigermaßen ja guck da ist auch und da auch und leuchtet überall wunderbar hell da kommt auch eine hin müsste passen kommt wohl hin und da passt keine mehr hin okay aber wenn wir hier dann können wir den gang kenne 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 So sieht es gut aus, oder? Ja, hier, die Halter wird auch schon beleuchtet, das ist doch super. Gut. Okay, da haben wir auf jeden Fall was zu tun. Gucken wir mal nach oben, wie weit der Händler bedient worden ist. Wo war das? Hier war das? Ne, da. Okay, da ist noch zu Gange, aber der hat ja auch ziemlich viel an Knochen zu kriegen. 189 haben wir schon abgeliefert. Ne, müssen wir noch abliefern. Waren aber irgendwie 224 oder sowas, ne? Ist also schon einiges passiert. Ja gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.